Teil 42 Epilog Sind sie alle weg? fragte Harry und hob den Kopf von dem Glas, das er zu Harrys Belustigung mit einem Geschirrhandtuch abtrocknete. Ja, eben sind die letzten gegangen, antwortete er und nahm den Schwarzhaarigen das Tuch aus der Hand. Du weißt schon, dass du ein Zauberer bist, neckte er und küsste seinen Freund. Lass mich, das entspannt mich, maulte Harry und wollte dem Blonden das Tuch wieder entreißen. Doch der grinste nur diabolisch und raunte. Ich wüsste noch was anderes, was dich entspannen könnte. Harry schnurrte. Schon wieder so Slytherin, mein Schöner? Draco glitt wie eine Hauptkatze auf Harry zu und drängte ihn an die Theke. Endlich habe ich dich ganz für mich allein, nachdem dich die Hälfte der Männer und alle Frauen den ganzen Abend mit den Augen ausgezogen haben. Knurrte er in Harrys Ohr, was diesem eine Gänsehaut bescherte. Er keuchte. Du neigst zu Übertreibungen. Draco begann, Harrys Hals zu küssen. Oh, mein unwissender, ahnungsloser Gryffindor. Du könntest sie alle haben. Er öffnete Harrys Hemd und küsste sich weiter über dessen Brust. Harry stöhnte. Ich will aber nur dich. Dein Glück. Draco leckte an Harrys Brustwarzen und entlockte dem Schwarzhaarigen so weitere süße Geräusche, von denen er einfach nie genug bekommen konnte. Harrys Repertoire an Bekundungen seiner Lust war unendlich und Draco hatte es sich zum Ziel gesetzt, ihm jeden einzelnen Laut, dessen er fähig war, zu entlocken. Während sein Mund sich über Harrys Oberkörper arbeitete, hatten seine geschickten Finger den lästigen Gürtel geöffnet und sich in Harrys Hose geschlichen. Er umfasste Harrys Glied, das sich ihm bereits völlig willig entgegenstreckte und ließ seinen Daumen aufreizend über die bereits feuchte Eichel gleiten. Erneut entfich Harry ein Japsen und er warf seinen Kopf in den Nacken. Draco richtete sich wieder auf, ohne die Hand aus der Hose zu nehmen. Er zog Harrys Kopf zu sich und fing die leicht geöffneten Lippen ein. Unbeherr strang seine Zunge in den heißen Mund und nun konnte auch er ein Stöhnen nicht mehr unterdrücken. Dieser Mann, der sich so willig unter seinen Fingern wand, entfachte auch nach über einem Jahr noch solch eine Leidenschaft in ihm, wie er es nie für möglich gehalten hätte. Grob griff er in den schwarzen Haarschopf und intensivierte den Kuss, während er Harrys Härte weiter massierte. Dabei packte er den völlig überrumpelten Gryffindor plötzlich an der Hüfte und hob ihn, indem er sich mit ihm drehte, auf einen der Tische. Er riss jetzt ungeduldig an Harrys Hose, um den störenden Stoff, der ihn von dem Objekt seiner Begierde trennte, zu entfernen. Harry grinste und mit einer einzigen Handbewegung waren sie beide nackt. Dracos Augen funkelten gefährlich. Du spielst mit dem Feuer, mein Hübscher. Du kennst mich doch, schnurrte Harry. Ich liebe das Risiko. Draco griff nach Harrys Händen, mit denen er sich abgestützt hatte, und zog sie weg, sodass Harry mit dem Oberkörper nach hinten auf die Tischplatte fiel. Er spreizte Harrys Beine, und sein aufgerichteter Schwanz bebte bereits in Erwartung des Kommenden. Du gehörst nur mir, und ich werde dich jetzt nehmen, raunte er, was auch Harrys Glied zucken ließ. Mit einem Stoß ließ Draco einen Finger in Harry gleiten, sodass dieser sich vor Lust aufbäumte. Draco konnte nicht widerstehen und senkte seinen Kopf über Harrys erwartungsvoll pulsierende Männlichkeit. Als seine Lippen Harry umschlossen und er mit einem zweiten Finger in ihn einglitt, glaubte Harry sich im Himmel. Draco! Bei Merlin! Draco liebte Harrys Geschmack auf seiner Zunge und kostete von dessen Lust, während er ihn weiter mit neugierigen Fingern vorbereitete. Dann zog er sich zurück, was Harry ein entrüstetes Schnauben entlockte. Allerdings hatte der Schwarzhaarige nicht lange Zeit und Grund, seiner Empörung Luft zu machen, denn Draco packte ihn an den Oberschenkeln und zog ihn nah an sich heran, um sich mit einem Stoß komplett in ihm zu versenken. Harry sah Sterne. Konnte ein Mensch so viel auf einmal fühlen? Konnte man vor lauter Gefühl platzen? Als er Dracos geschickte Finger an seinem Schwanz spürte, war er sich nicht sicher, dass dem nicht so war. Seine Hände kreilten sich in die Tischplatte, sein Mund war in Ekstase geöffnet und seine Augen geschlossen. Draco hatte nie etwas Schöneres gesehen. Er begann seinen Liebsten mit tiefen Stößen zu erobern, während er sein Glied mit der Hand verwöhnte. Als er spürte, dass sie beide kurz vor dem Höhepunkt waren, forderte er Harry auf. Sehe mich an! Der Moment, als Harry seine Augen öffnete und er die Leidenschaft darin brennen sah, war der Moment, in dem alles in ihm explodierte und er sich tief in seinem Geliebten ergoss. Harry folgte ihm ohne den Blick von den grauen, lustverschleierten Augen zu lösen. Bald darauf saßen sie in dem nun aufgeräumten Gastraum ihres Cafés und tranken ein letztes Glas Rotwein. Wie schnell dieses Jahr vergangen ist, sagte Harry in die Stille. Draco nickte, nahm Harrys Hand und lächelte ihn an. Ich habe keinen Moment davon bereut. Ich auch nicht, stimmte Harry zu. Vor einem Jahr hatten sie zusammen dieses Café in der Winkelgasse eröffnet. Sie hatten festgestellt, dass das ihrer beider Traum war und waren nun so glücklich wie noch nie. Draco hatte es nie bereut, nicht mehr als Heiler zu arbeiten und auch, wenn er es nicht ausschließen wollte, irgendwann tatsächlich eine eigene Praxis zu eröffnen. Derzeit konnte er sich nichts Schöneres vorstellen, als jeden Tag mit seinem Liebsten hier im Café zu stehen. Wenn Harry bereits durch die ersten wenigen Berührungen aufgeblüht war, so war er jetzt überhaupt nicht mehr mit dem Mann zu vergleichen, der im St. Mungos Dauergast gewesen war. Der Gryffindor strahlte von innen heraus und Draco musste immer wieder feststellen, dass Harry tatsächlich keine Vorstellung davon hatte, welche Wirkung er auf andere hatte. Draco wusste, dass er selbst objektiv betrachtet ein schöner Mann war. Er tat ja auch einiges dafür. Aber Harry war von einer so natürlichen und unwiderstehlichen Schönheit, dass Draco oft Angst hatte, dass irgendwann jemand kommen und ihm sein Liebstes wegnehmen würde. Hermine versuchte stets, Draco diese Angst zu nehmen, denn sie sah sehr wohl, mit welchem Blick der Schwarzhaarige seinen Geliebten ansah. Sie machte sich keine Sorgen und war sich sicher, dass die beiden noch sehr lange miteinander glücklich sein würden. Harry stand auf und zog Draco auf die Füße. Wir sollten nach Hause gehen, murmelte er müde. Ja, mein Schatz, wir gehen nach Hause. Flüsterte Draco und küsste Harry zärtlich, bevor er seine Arme um ihn legte und mit ihm in einer Drehung verschwand. Das war der letzte Teil von Leben am Limit. Vielen Dank nochmal an Nuna Love Dog, dass ich die Geschichte vorlesen durfte. Wie gewohnt wird es nochmal eine Version geben, wo ich alle Teile zusammenschneide. Und dann sind auch hier auf YouTube die Stellen zu hören, die ich bei den einzelnen Teilen rausschneiden musste, damit das Video nicht wieder gesperrt wird. Ja. Falls euch dieses Hörbuch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen und über ein Abo, denn es werden auf jeden Fall noch mehr Harry Potter Fan Fictions hier auf YouTube erscheinen. Vielen Dank, wir hören uns beim nächsten Video.